Meine lieben Freundinnen und Freunde, in Rom wählte man einst jährlich zwei neue Konsule an die Macht, bis einer den Rubikon überschritt und die Macht nicht mehr hergeben wollte. Denn zu oft macht Macht Menschen anders. Und so ist die Geschichte der Demokratie auch eine Geschichte, in der Menschen von der Macht so verändert wurden, dass sie sie nicht mehr hergeben konnten. Um dem entgegenzuwirken, findet man in allen Demokratien verschiedenste Formen von Wiederwahlbeschränkungen. Und dieser Antrag möchte das demokratische Kriterium der Wiederwahlbeschränkungen auch wieder bei uns einführen. Es ist uns Grünen nicht neu. Es gab immer strengste Wiederwahlbeschränkungen, die allerdings mehr und mehr abgebaut wurden. Niemand will zu einem System des jährlichen Rotierens zurück. Aber es geht mit diesem Antrag um die Bewahrung des Pluralismus in dieser Partei auf die lange Zukunft. Denn es wäre ein Irrglaube zu meinen, dass die Faszination von Macht und Masse uns und unser Führungspersonal nie betreffen könnte. Es geht darum, die Erkenntnis der Demokratiegeschichte auf unsere kleine Polis hier und heute zu übertragen. Und eine Erkenntnis ist, Macht ist verführerisch und macht machtverführerisch. Und die, die sie haben, können zu oft, zu schwer davon lassen. Das ist nicht böse gemeint. Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen müssen durchsetzungsstark sein, müssen ein Publikum wie dieses rhetorisch leiten und lenken können. Aber es sind genau diese Fähigkeiten und diese Charakterzüge, die sowohl Publikum wie auch Führungskraft für die Überschreitung des eigenen Zenits blind machen können. Das war der Grund, warum Helmut Kohl einst nicht gehen wollte und ihn seine Partei dennoch wieder wählte. Und es ist der Grund, warum die FDP mitsamt Kapitän am Meeresboden liegt. Doch Hochmut kommt vor dem Fall. Und daher möchte dieser Antrag ein Minimum an Pluralismus in den Führungsstrukturen verankern, in dem man maximal zehn Jahre Bundesvorstandssprecher, Bundesvorstandssprecherin sein kann, wobei nach den ersten zwei Perioden in Folge eine Pause von einer Periode, also von zwei Jahren, gemacht werden muss. Somit wird nicht mehr, aber auch nicht weniger garantiert, als dass in 100 Jahren zehn verschiedene Personen auf einem Vorstandsplatz sitzen werden. Das ist nicht viel, aber es ist ein Minimum. Und wer gewinnt davon? Ihr Delegierten gewinnt davon. Denn um eine Wahl zu haben, bedarf es der Auswahl. Und dieser Antrag fördert Auswahlmöglichkeiten und ist daher im Sinne aller zukünftiger Delegierten. Lasst uns dieses Minimum an Führungspluralismus und Basisdemokratie festschreiben. Basisdemokratie ist der Grund, warum ich zu den Grünen kam und hier stehen und sprechen darf, so wie jeder von euch. Und wenn ihr auch daran glaubt, dass sich diese Partei an Ideen festmacht, an Idealen festmacht und nicht an Köpfen, wenn ihr daran glaubt, dass grüne Werte von jedem Individuum vertreten werden können, weil es die richtigen Werte sind, dann wisst ihr auch, dass es keinen jahrzehntelangen Übervater und keine jahrzehntelange Übermutter braucht. Und nichts anderes verhindert dieser Antrag. Ich habe alles aufgeboten, was ich an Rhetorik zu bieten habe, weil ich an jedes Wort in diesem Antrag glaube, liebe Freundinnen Freude. Alles. Und was auch immer gleich kommt, denkt immer daran. Nur wer sich ändert, bleibt sich treu. Und das gilt auch für ganz oben. Danke. Liebe Freundinnen und Freunde, die Gegenrede hält Volker Beck. Liebe Freundinnen und Freunde, ich will nicht vom Zoo und Politikon reden und auch nicht von der Polis, sondern ich möchte es ein bisschen bescheidener halten. Ich denke, die entscheidende Frage, die hier vorliegt, sind wir als BDK, seid ihr als Delegierte oder wir als Delegierte in der Lage, die Bundesvorstandsmitglieder zu wählen, die ihr für die Führung der Partei haben wollt? Oder braucht ihr dazu eine Satzungsbeschränkung, um euren Willen zu steuern? Ich traue uns, den selbstbewussten Delegierten dieser Partei zu, dass sie personalpolitische Entscheidungen danach treffen, wer ist der Beste und Glaubwürdigste oder die Beste und Glaubwürdigste, um unsere Werte zu vertreten, um mit anderen Parteien die Klinge zu kreuzen, um gegebenenfalls zu verhandeln. Ich halte nichts davon, dass man nach vier Jahren sagt, jetzt musste zwei Jahre ein Päuschen machen und auf diese Art und Weise mischen wir irgendwie die Gremien zusammen, sondern der Bundesvorstand hat auch eine wichtige Aufgabe, wenn wir in Situationen kommen, wo es wieder gilt, in diesem Land Verantwortung zu tragen. Dann ist der Bundesvorstand derjenige, der die Verhandlungen für Koalitionen mit anderen Parteien führt. Mitglieder der Fraktionen können beratend hinzugezogen werden, aber das sind diejenigen, die am Ende einen solchen Vertrag unterschreiben. Das sind diejenigen, die die Entscheidungen auf der Bundesdelegiertenkonferenz vertreten müssen. Deshalb, finde ich, brauchen wir dazu die Auswahl nach dem Kriterium, wer kann am machtvollsten, am stärksten unsere Partei in solchen Auseinandersetzungen nach außen vertreten. Deshalb möchte ich keine satzungsrechtliche Reglementierung an diesem Punkt. Und wenn hier gesagt wird, wir brauchen eine Satzungsänderung, dass Bundesvorstandsmitglieder maximal zehn Jahre dem Gremium angehören können. Ihr habt selber am Ende in eurem Antrag S10 die Geschichte der Bundesvorstandssprecher und Bundesvorsitzenden unserer Partei aufgeschrieben. Ich habe in der Liste niemanden gefunden, der zehn Jahre Bundesvorsitzender oder Bundesvorstandssprecher war. Wenn man das erreichen will, dann sieht man an diesem Punkt, braucht es diesen Antrag nicht. Unsere Partei ist diesbezüglich viel lebendiger und quirliger als dieser Antrag suggeriert. Applaus Liebe Freundinnen und Freunde, wir haben jetzt über diesen Antrag abzustimmen. Er ist ja korrigiert durch den S10-008. Er fließt also ein. Das hat der Antragsteller selbst korrigiert. Das ist ein Zweidrittelmehrheit. Wer diesem Antrag von Patrick Held und anderen seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich jetzt um das Gartenzeichen. Vielen Dank. Die Gegenstimmen bitte. Danke sehr. Die Enthaltungen bitte. Danke sehr. Bei wenigen Enthaltungen etlichen Dafürstimmen, aber bei einer großen Mehrheit an Gegenstimmen und weit weg von zwei Drittel. Also die Mehrheit war für eine Ablehnung dieses Antrags. Ist dieser Antrag abgelehnt und wird nicht in die Satzung aufgenommen. Danke sehr. Danke.